Wir müssen vorsichtig sein. Wir sprechen außerhalb. Hm? Was hat die Jacke da draußen zu suchen? Das kann ja nicht am rechten Ding zugehen hier. Und was soll ich jetzt? Security? Was hat das zu bedeuten? Ach du Scheiße. Nein. Du kennst diese Frau? Sie ist nicht ein Mundi, richtig? Wer war sie? Ich dachte, dass ich alle in Fable Town wusste. Sie sieht familiar aus. Ich kann sie nicht anwenden. Sie ist eine Frau. Eine Frau? Eine Frau? Eine Frau? Ich bin... Ich meine... Ich bin eine Frau. Oh. Ich bin ein Mundi. Das ist eine Frau. Ich bin ein Mundi. Ich bin ein Mundi. Nein, du glaubst nicht, dass er... Ich glaube noch nichts. Nur, gib mir einen Moment. Es ist einfach... Schrecklich. Also, wer hat sie gefunden? Ich habe. Sie war einfach so, ich habe sie nicht verletzt. Ich habe Grimbel's jacket, um sie zu verletzen. Dann kam ich dich sofort zu holen. Niemand war mit dir mit dir? Nein. So... Big P, hat einer von uns... das gemacht? Es hat nicht ein Verletz in Fabletown in einem langen Zeit gehabt. All the more reason we shouldn't start a panic, bevor we know what's going on. Schau mal. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Leute hier kommen. Dann sehen wir uns das Mädel mal genauer an. Was haben wir hier Schönes? Dann wollen wir es mal raus. was ist ein Ding, das ist. Es ist... sie Hände. Briefgelel observiert. Hm. Ich... nicht persönlich nicht richtig. Ich auch nicht. Ich habe einen schönen schönen Tag. Wunderschön. Was hat das zu ihr gemacht? Was könnte so etwas tun? Es ist etwas sehr starkes, oder etwas mit magischem. Okay, hier hinten habe ich doch was gefunden. Los großer Busserwolf, Schnubberwahl! Wer immer sie auch hingebracht hat, er war nicht besonders vorsichtig. Es gibt keinen besseren Spürhund als den Wolf. Was haben wir hier, Feindes? Stoffwitzen. Kein Zeichen, dass es hier lange war. Nehmen wir einen Hinweis, Kollege. Was haben wir hier noch? Hat er hier vielleicht was versteckt? Und hier hat er wieder Wasser. Aber auch vom gleichen. Blut. Sie ist noch weh. Scharf genug. Scharf genug. Gucken wir hier nochmal. Schau mal. Schau mal. Ich bin mir überrascht, dass die Schleifern hier sogar unseren Weg finden können. Mhm. So, jetzt kommt etwas, was ich ein bisschen unlogisch finde. Ne? Seht ihr die Stelle hier? Ich gehe nochmal zurück. Ist das so ein Problem von diesen Selfshading Grafik? Seht ihr das hier in der Ecke? Baut sich auf. Baut sich auf. Baut sich auf. Baut sich auf. Und so weiter. Also könnt ihr mal in die Kommentare schritten, dass das so ein Problem von Selfshading Grafik ist. Es ist aber jetzt kein großer Dramatikfehler jetzt hier. Mein Gott. Das erstellt ja den krassen Spieleinfluss hier überhaupt nicht. Hm. Was? Ist besser gesagt. Ist doch gut. Gute. Werschönen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir sollten sie verletzten. Wir müssen sie verletzten. Ich weiß nicht, was er passiert, bevor jemand rauskommt. Wir finden uns mehr im Geschäftshof. Sie wird in den Büchern sein. Ich bin sicher. Bigby, hast du eine Idee, was passiert? Wie ist das passiert? Warum sie? Niemand hat sie in von der anderen Seite gebracht. Das macht Sinn. Es gibt keine Begründung. Es gibt keine Begründung. Aber wie wissen Sie? Ich habe eine Träule von Blut gefunden. Ich habe es gesehen, aber... Was ist das? Das bedeutet, dass jemand es von der anderen Seite gebracht hat. Wir sehen uns. Ich muss das sagen, Crane. Ich weiß, dass er nicht mehr so ist. So lange als King Cole ist weg, er ist als Mayor. Er muss wissen. Und er wird auch herausfinden, also können wir uns in der Vorstellung kommen. Es wird nur schwer, wenn er das finden, dass wir ihn ausführen haben. Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Aber er ist unser Boss. Das ist Teil des Arbeit. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass es rauskommt. Das ist auch so, wie ich fühle mich. Ich bin sicher, dass er nicht glücklich sein wird. Aber es ist Teil des Prozess. Ich hoffe, dass er darüber nachdenkt wird. Ich würde nicht meinen Brot behalten. Ich bin nicht. Ich will einfach nicht, dass er interferen will. Crane ist nicht das, was jetzt wichtig ist. Wir müssen herausfinden, wer diese Frau war, damit wir das finden können, wer das gemacht hat. Geh das zurück zu Dr. Swinehart. Er kann es sich anschauen. Ich werde dich in der Geschäftsordnung treffen. Oh, armes kleines Mädchen. Da waren es doch noch 15 Dollar zu wenig. Wegen 15 Dollar. Oh Gott, ja. Also ich finde es echt nice gemacht so an sich. Ich bin ein Schwenker hier. Ich bin ein Schwenker hier. Ich bin hier über eine halbe Stunde. Ich bin hier vor, wie beim Schwerfen. Ich bin hier ein Schwerfen. Ich bin hier so ein Schwerfen. Ich weiß nicht, Sheriff. Hm. Das fühlt sich nicht ganz wahr. Fucker. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. If anyone's to blame it to me, you don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes. Let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The Woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The Woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Nothing certain yet. Well find him. Get him in here if that's all you have to go on. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. You would have just pissed him off more. All right. Well that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. What an asshole. Yep. That was about an eight on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is... Is he gone? Yes. What the hell? Bufkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickobod's desk. Ben, don't you think it probably belongs to him? Maybe. How are you today, Mr. Bigby? Fine, Bufkin. Thanks for asking. Bufkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. He knows what I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books, whenever Buf can find them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. I really have to get this appointment squared away. But let me know if it will be. Hi. 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 Find me first in the next Session. I'm going to tell you that for the rest of it. I'm gonna be back at the beginning. This time I play this as soon as I play. I'm gonna be back to the end today. Maybe I find the humor so cool. Best ever humor. Really, really. Fällt mir richtig gut. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und schauen wir mal, was uns der Spiegel demnächst alle so zu sagen hat. Tschau sie.